Und wenn du soweit bist. Und jetzt bitte noch einmal mit schönem Ende. Setz dich mal hin. Er sieht schön aus. Jetzt bin ich sorgfältiger. Bleib dich da dran. Fühl ein bisschen schneller und die Finger fester. Warte, warte, lass mich erst wieder sitzen. Stell die Füße bitte richtig hin. Hände richtig hinlegen erst. Du wolltest noch ein tiefes C spielen. Du wolltest noch ein tiefes C spielen. Da wird es doch mit wehen wieder, oder? Ja. Na dann. Hörst du was? Ja, ich hör was. Stell die Füße bitte wieder Richtung Baum. So drei Schritte zurück, aber nicht zu weit nach hinten. Eher nach rechts jetzt. Richtung Klavier, Richtung Klavier. Und noch einen kleinen Schritt. Genau. Und da bleibst du bitte mal stehen. Ja. Und ein schönes C bitte für den Schluss. Und jetzt machst du es noch einmal. Das D klingt eigentlich geil. Das würde mich gar nicht stören, wenn du kein Gesicht ziehen würdest und weiterspielen. Nochmal. Halt dich an dem einfach nicht auf. I'm offering. I'm offering. Halt das gerade, dann tut's nicht weh. Okay. Das ist's. Das ist's. Ich brauche ein Schlussbild. Das ist's. Das heißt, ich brauche ein Schlussbild. Das ist's. Dass du das Auto aufnehmen willst. Selbstverständlich. Ist's. Es ist mir egal, welchen von beiden du spielst. Aber entscheide dich für einen und dann schau doch mal her. Wenn du jetzt auf freundlicher lächeln könntest. Und da vergisst du was. Da musst du auch noch mal machen. Ja, mach gleich von hier. Aber erst wenn ich wieder an meinem Platz sitze. Warte. Und jetzt. Wenn du soweit bist, warte, warte, warte. Hände in Ruhe hinlegen und dann erst einfach. Und wieder. Fangen wir an. Bambadadada. Nicht Bambadadada. Bambadadadie. Ja? Und da. Bambadadalang. Bambadadadstopp. Okay? Noch deutlicher. So. Das ist gleich fertig. Ich will noch eine dritte Kamera aufbauen. Schöpfe 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 Warte Gleich sind wir so weit Ja, okay, das war super. Jetzt schaust du nochmal in die Kamera, lächelst mich nochmal an und spielst einfach nochmal. Ja, mir egal. Passt die? Ja. Okay, oder? Soll ich die so aufsetzen? Ja, aber der hat sich in die Richtung sehr gut gemacht. So. Nein. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020